Volatility is the name of the game. Mit diesem Idiom begrüße ich Sie heute zum Videostrategiker am Freitag, den 13. Mai um 9.55 Uhr. Freitag, der 13., das muss nicht unbedingt ein negatives Omen sein. Wir gehen davon aus, dass sich der Markt heute wieder etwas freundlicher entwickeln wird. Gestern hatten wir ja eine sehr starke Volatilität. Gestern sah es zeitweise danach aus, als ob der DAX noch mal deutlicher abkippen dürfte. Wir hatten dann aber Erholungstendenzen mit Erholung auch bei den Rohstoffpreisen, gerade beim Ölpreis und das hat sich heute Morgen auch so fortgesetzt. Nichtsdestoweniger, die Volatilität bleibt uns erhalten. Wir gehen davon aus, dass wir am Vormittag noch mal in die Minuszone abrutschen werden, dass wir aber insgesamt heute im Plus schließen werden. Keine Indikation für die nächste Woche, sondern die Indikation für die nächste Woche ist, dass es so volatil bleibt. Dass wir einen Kampf zwischen Bullen und Bären sehen werden, für Deutschland sind wir relativ optimistisch. Heute Morgen kamen Zahlen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland und das lag mit 1,5% über dem der Vergleichsländer im europäischen Ausland. Das Vereinigte Königreich beispielsweise hatte nur ein Wachstum von 0,5% zu verzeichnen. Frankreich 1,0% und da kann sich die deutsche Wachstumsrat ja durchaus sehen lassen. Insbesondere wenn wir das auch auf den Vergleich zum letzten zweiten Quartal 2010 mal anschauen, da sehen wir ein Wachstum von 4,9%. Und das Interessante daran ist, dass das Statistische Bundesamt bekannt gegeben hat, dass der wichtigste Wachstumstreiber der Binnenkonsum war. In den vergangenen Quartalen war es ja vor allem der Export. Der Export nicht nur nach Asien, nicht nur in die Emerging Markets, auch nach Europa hatte für sehr gute Wachstumszahlen gesorgt, sondern auch der Export in der Eurozone. Und insofern ist Deutschland nach wie vor auf einem sehr positiven Wert, was sich auch in den Zahlen heute bei den Exportwerten und auch beim Gesamtmarkt niederschlagen wird. Noch ein kurzer Blick nach Asien, wo wir gerade bei Konjunkturthemen sind. Korea hatten wir ja in Asien in den letzten Wochen auch sehr favorisiert mit einigen Empfehlungen. Da fand ich es heute recht enttäuschend, dass die Notenbank die Zinsen nicht angehoben hat. Eigentlich wäre es dringend nötig angesichts der Inflationsgefahren, angesichts der Dynamik, die doch stärker ist als in den ganzen Nachbarstaaten. Aber man hat sich auch nicht in die Karten blicken lassen, warum man denn die Zinsen nicht angehoben hat. Und das finde ich eher ein negatives Signal. Während die anderen asiatischen Notenbanken sehr entschlossen vorgehen, um Inflationsgefahren gleich im Keim zu ersticken, ist die koreanische Notenbank nun etwas wankelmütig geworden. Das muss man genau beobachten. Schauen wir noch kurz auf China. Dort wurden ja gestern die Mindestreserven zum fünften Mal erhöht. Und von inoffizieller Seite war heute Nacht zu hören, dass man mit Zinserhöhungen jetzt etwas vorsichtiger vorgehen will. Man wird sich weiterhin auf die Einlagen der Banken konzentrieren. Das heißt, weniger Zinserhöhungen, vielleicht noch ein oder zwei in diesem Jahr. Aber die Geldpolitik macht einen sehr, sehr positiven Eindruck. Und wir gehen davon aus, dass im zweiten Halbjahr, spätestens im vierten Quartal, China wieder an Dynamik gewinnen wird. Schauen wir noch auf ein paar Unternehmen in Deutschland, beziehungsweise in Europa. ThyssenKrupp hat seinen Gewinn um 35 Prozent gesteigert. Das lag deutlich über den Erwartungen. Es konnten vor allem höhere Preise durchgesetzt werden. ThyssenKrupp haben wir ja besonders hervorgehoben im Frankfurter Börsenbrief und ist eine der Kernempfehlungen. Nicht zuletzt wegen des Umbauprogramms, was Heinrich Hiesinger ja angestoßen hat und sich von der Stahlsparte trennen will, hin zur Infrastruktur. Das halten wir für einen sehr sinnvollen Weg. ERDS präsentiert sich heute recht schwach. Wir haben Zahlen gesehen, die unter den Erwartungen lagen. Und das lag vornehmlich an Währungseffekten, aber auch an deutlich weniger Auslieferungen. ERDS ist für uns vorerst kein Thema. Noch kurz ein Blick über den großen Teich. Goldman Sachs ist auf einen neuen Monatstief gefallen. Die Aktie von dem einstigen Superstars der New Yorker Finanzszene ist nach wie vor unter Druck. Man rechnet nun sehr stark mit irgendwelchen Strafen bezüglich Insiderhandel, bezüglich verschiedenen Verstößen der Finanzaufsicht. Und die New Yorker Staatsanwaltschaft ist offensichtlich gewillt, Goldman Sachs so richtig ans Leder zu fahren. Das waren die Hinweise für diese Woche. Zusammengefasst, es bleibt volatil, es geht aber tendenziell weiter nach oben. Deutsche Konjunktur zahlen sehr positiv, sehr gute Chancen. Sehen wir vor allem in Short-Spekulationen auf Commodities. Unter den Aktien sticht bei den Standardwerten ThyssenKrupp hervor. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Woche. Am Montag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Walter Thyssen und führt Sie kompetent durch die Woche. Alles Gute, ein sonniges Wochenende, Ihr Bernhard Klenzing. Alles Gute. Alles Gute. Bis rolls Tob 좀. Mein Blum. Mehr November. Hermann. Ich bin überrascht. Kreis Ole. points Insiderhandelungsk Fuß haben um die Woche zu drehen. Vielen Dank.